...die die Wolke eingeatmet haben. Wie der LARPAUM! Oh! Die Wolke kommt! Hier lang! Schreiben Sie weg vom Gas! Klar, keine Sorgen. Wir machen einen Rundgang zum Turm. Relenner! Schießen! Hier drüben! Oh, oh, oh! Ich glaube, wir müssen jetzt aufpassen, wenn wir einmal ins Gas laufen. Was das? Ja! Alter, recht. Wirklich am Dampfen. Oh, fuck! Relenner! Feilig! Scheiße! Was ist jetzt endlich mal offen? Gut. Okay, los! Helena! Beeil dich! Ich mach das! Los, los! Wir müssen hier raus. Gleich vor der Tür! Los! Mann, was für eine Hektik! Huuu! Hinter dir! Komm schon! Ah! Schnell! Tür ist zu! Was ist denn das für Luschen? Wir müssen mal was draufhauen! Keine Munition oder was? Zack! Mach mal die Tür auf, ey! Okay! Guter Schuss! Okay! Ach, wir müssen die Tür aufmachen! Eieieiei! Sag mir das keiner! Einen haben wir! Schnell! Nicht umdrehen! Weg hier! Nein! Was tust du denn? Oh! Opferst du dich! Okay! Festhalten! Ich muss sagen, die erste Kampagne von Leon geht ganz schön lange, ey! Das sind ja noch drei Charaktere! Vermutlich von der Rakete! Weil ja immer bemängelt wird, dass die Spiele so kurz werden, die neuen, die so auf den Markt kommen. HQ an Charlie! Planänderung! Tachi ist Sperrgebiet für Sie! Rückzug! Machen Sie auf weitere Befehle! Was? Aber Echo Team ist noch da! Sie brauchen uns! Rückzug! Das ist ein Befehl! Wir dürfen niemanden mehr verlieren! Apat! Wow! Hilfe! Das tut schlecht! Ach! Nur ein bisschen! Fahr doch mal schneller, du Pappnase! Hallo! Sie wollen uns umziehen! Wir müssen los! Du kannst doch ein bisschen schneller fahren! Wie ist das denn da mit? Das ist ein Humvee und kein Trabi, ey! Der macht gerade so, als wollten wir hier Sightseeing-Tour machen oder was. Kommt, gib Gummi. Hier wackelt. Ich weiß, wenn du Licht anmachst. Wir sind voll. Alle Plätze belegt. Weg. Wie langsam der fährt. Mach das Licht an und fahr ein bisschen schneller. Boah, wie mich das gerade aufregt. So unlogisch bescheuert einfach nur. Das weiß ich nicht, im Grunde fährt er denn jetzt so langsam. Hat er Angst, Zivilisten hier in dem Rauch zu platt zu machen oder was. Oh, Mann. Mal sehen, was von meinem Team noch übrig ist. Hm, sehr viel wahrscheinlich. Warum sollen wir jetzt noch meine Kurve? Ach ja, da sind unsere Freunde dort. Juhu! Und Ladevorgang. Ah ja, klar. Neuer Abschnitt, Ladevorgang. Ist ja schon fast so wie in der Playstation-Zeit damals. Ehe nach jedem Furzen, Ladevorgang. Und die Tipps, die kann man auch sehr gut lesen. Hm. Im Spiel explodiert aber auch alles, ne. Überall Explosion, Feuer. Das war ja am Anfang schon so, ne. Moment mal. Das sieht gerade aus wie der Anfang. Ist das Alzheimer oder was? Na los. Ich helfe Ihnen. Ach stimmt. Hab ich ganz vergessen. Wir spielen ja die ganze Zeit die Rückblende. Das ist der Anfang. Falls ihr euch noch erinnert. Genau mit dem Hubschrauber und so. Hä? So, aber ein anderer Anfang. Voller Fehler jetzt. Nur weggelaufen eigentlich. Fehler! Leon! 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 Hören Sie mich! Ist alles okay? Ich lebe. Aber ich fürchte, es wird alles noch schlimmer. Hm. Hm. Da will der mich verarschen. Da zeigt mir die... Magnum zeigt er mir als voll an. Die ist so leer. Hallo? Was für ein bescheuerter Fehler. Wieso hänge ich hier fest? Doof. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Wegen Anfang und so und so weiter. Wir waren ja am Anfang in dieser Halle, wo wir das Glas runtergefallen sind. Genau, wir haben den Typ hier untersucht. Falls ihr euch noch erinnert am Anfang. Da haben wir die Helena hier durchgetragen. Und jetzt laufen wir ganz normal durch. Das ist doch voller Fehler. Genau, das war der Zombie, der uns angegriffen hat. Äh, wo kommt der denn her? Ja, als wäre eine Weste vom Soldaten so undurchlässig. Bisschen übertrieben. Da war unser Grau drin, genau. Ich kann nichts mehr einsammeln. Ich bin begeistert. Das ist der Anfang. Ohne Spaß. Aber voll falsch. Wow. Ja. Ich kann mal das einsammeln. 50 Millionen Schachfiguren. Ja. Nicht mal lustig, dass so Gegner, so spezielle Zombies mit einer Axt in der Hand. Weißt du eigentlich von den Klamotten genauso wie die anderen. Halten aber mehr aus, als eine Axt in der Hand haben. Das ist der Spezial-Super-Zocken. Was denn? Das kenne ich doch schon alles. Das haben wir alles gespielt am Anfang. Das zweite Tutorial ist das. Das ist jetzt nur schwieriger. Jetzt sind da mehr Zombies. Ja. Ja. Aber echt. Ich bin echt ein bisschen verwirrt jetzt. vor allem, als wir die Glasscheibe runtergebrochen sind, ja. In diesen, in diesen kreisförmigen Raum kam ja irgendwas Großes. Und dann kam ja die Blende und dann waren wir, äh, wahrscheinlich eine Woche zuvor oder so. Keine Ahnung. Jaja, ich kenne das alles schon. So. Dann übernehmen wir gleich das Steuer. Das kennen wir ja schon, ne. Genau. Den müssen wir abschütteln. Also bis auf den Fehler, dass wir die eigentlich getragen haben. Und das am Auto, am Humvee, dass das anders war, ist das ja in Ordnung. Aber schon krasse Fehler dabei. Schnitzer. Ich hab dich, EFÜ. Oh mein Gott. Verdammt. Ich krieg dich nicht hoch. Komm schon. Jetzt kommt wieder Quicktime Event. So. Was ist da los? Der Heli macht's nicht mehr lang. Nach einstellung... Helena! Warte. Nein Ich hab's vermasselt, tut mir leid Oh, 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 oh So, jetzt kamen wir runter und dann kam irgendwas riesengroßes Oder was? Ne, Quatsch, wir sind ausgewichen Und dann waren wir in einem Raum mit einem riesen Monster-Zombie Das weiß ich noch Jo, hey, Hilfe Und dann, genau Das ist 100% der Typ da nochmal, dieser Hunde-Zombie oder was das war Stimmt, warte, da möchte ich nicht mehr die dicke Waffe Das muss man alles nachladen, ne? Oh Fast leer Hm, ja, der Stoff eigentlich Ach ja Roger Roger Rabbit, kennt ihr bestimmt Dieser tolle Hase, gab es mal diesen Film, wo dieser Echten Schauspieler mit dem Zeichentrickhasen gemischt wurde Fand ich voll cool Oh, da waren ja mehr Zeichentrickfiguren in dem Film Jetzt bin ich mal gespannt Was da auf uns zukommt Schaut er recht Noch nicht genug Okay, sie ist da Nein, gar nicht genug Es gibt so eine Regel, ja, auch bei Horrorfilmen und so. Man darf den Bösewicht das Monster nie reden lassen. Immer direkt erschießen. Fertig.